Haben Sie ein Problem mit Ihrer Elektroanlage, dann rufen Sie uns an. Telefon Brand Erbesdorf 2701. Der Geschäftsführung von Elektro-Tippmann bedeutet es sehr viel, mit oder für regional ansässige Unternehmen Leistungen zu erbringen. Weiß man doch genau, wie wichtig Arbeit und Arbeitsplätze für die eigene Region sind. Natürlich darf man bei aller regionaler Verbundenheit nicht den Blick nach vorn und nach neuen Zielen verlieren. Bei ausgeführten Aufträgen in ganz Deutschland, zum Beispiel der Verkabelung von wassertechnischen Anlagen in Spaß- und Freizeitbädern, Versuchs- und Industrieanlagen und so weiter, von Saarwellingen bis Cuxhaven oder von Aachen bis Bautzen, schätzt man mittlerweile die Qualität aus Brand Erbesdorf. Von Geschäftspartnern wird das Unternehmen aufgrund seiner fachlichen Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Aufträgen gern in Anspruch genommen. Ein weiteres Kriterium des Erfolges ist ein ständig erreichbarer Kundendienst sowie eine umfangreiche Ersatzteilvorhaltung. Besonders stolz sind alle Mitarbeiter auf Projekte im Anlagenbau, die gemeinsam mit einem sehr verbundenen Unternehmen aus der Region realisiert werden konnten. So tragen derzeit einige Kompostierungsanlagen in Europa das Gütesiegel der Elektro-Tippmann GmbH. Elektro-Tippmann stellt sich aber nicht nur den selbst auferlegten Qualitätsanforderungen, sondern hat sich nach europäischem Standard nach DIN EN ISO 9001-2000 zertifizieren lassen. Mit dieser Zertifizierung des Unternehmens wird Qualität sichtbar und verbindlich. Was allen Kunden und Geschäftspartnern gewährleistet, dass die hohen Anforderungen der europäischen Qualitätsstandards von Elektro-Tippmann erfüllt werden. Parallel zur technischen Entwicklung hat sich das Tätigkeitsfeld des modernen E-Handwerks in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewandelt. Installationen in der Haus-, Gebäude- und Anlagentechnik sind in den letzten Jahren immer komplexer geworden und können effizient und fehlerfrei nur als kompaktes und ganzes System funktionieren. Diese Herausforderung hat sich das Unternehmen gestellt. Seit 2002 wird das Team der Elektroinstallateure durch einen fest angestellten Heizungsbau und Installateurmeister verstärkt. Die Elektro-Tippmann GmbH wurde somit in die Lage versetzt, das volle Spektrum eines Fachbetriebes für Gebäudetechnik erfüllen zu können und ist auch in diesem Bereich ausgerüstet mit modernster Technik, Werkzeugen und Geräten. Die Vorteile einer Komplettleistung Elektro- und Heizungsanitär liegen besonders in einer störungsfreien sowie einer zeitlich und technischen effektiven Abwicklung. Ob bei der Sanierung von Bädern oder der Installation von Häusern konnten die Auftraggeber immer wieder davon überzeugt werden. Überall schon sorgte Elektro-Tippmann für die richtige Verbindung zum Mittelspannungsnetz des Energieversorgers. Auch hier können die Auftraggeber und Geschäftspartner immer wieder von den Vorteilen eines Komplettdienstleisters, Tiefbau- und Elektromontagearbeiten überzeugt werden. In den letzten Jahren wurde in große und in kleine Technik investiert. Immer mit der Maßgabe, die Leistung möglichst komplett aus einer Hand ausführen zu können und dem Kunden die Abarbeitung des Auftrages möglichst angenehm gestalten zu können, ohne dabei die Effektivität des Unternehmens aus den Augen zu verlieren. Längst verlegt der Elektroinstallateur nicht mehr nur Kabel und Setsdosen. Sein Wissen und das Tätigkeitsfeld reichen heute vom Brand- und Einbruchschutz zum Energiesparen mit Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk oder Photovoltaikanlage. Zu seinen Arbeitsfeldern zählen auch die intelligente Gebäudesteuerung, das Energiemanagement und die hochwertige Gebäudeausstattung mit allem Komfort für Bewohner jeder Generation. Und nicht zuletzt neueste Informationstechnik wie Telefonanlagen, Computer- oder Bürotechnik und natürlich Home-Entertainment. Besonders viel Sorgfalt und Fingerspitzengefühl ist nötig, wenn es gilt, moderne, intelligente und notwendige Technik in alte und denkmalgeschützte Bausubstanz zu integrieren. Wie schon im eigenen Betriebsgebäude konnte Elektro Tippmann seine Fähigkeiten an verschiedensten Objekten wie Kirchen, öffentlichen Gebäuden und so weiter unter Beweis stellen. So zum Beispiel auch bei einer Bürosanierung im historischen Stadtkern von Paris. Die Erfüllung der sprachlichen Anforderungen und die Einhaltung von landesspezifischen Vorschriften und Gesetzen ist dabei Selbstverständlichkeit. Wir wünschen unserer werten Kundschaft ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gesundes neues Jahr.